Die Treibstoffproduktion ist in vollem Gang. Und das trifft sich hervorragend. Die gute alte Dampflok hat ausgedient. Neue, kräftige Dieselzüge wollen bewegt werden. Wie vorausschauen von uns, dass wir ins Treibstoffgeschäft eingestiegen sind? Zeit, die Bevölkerung von den Vorteilen moderner Züge zu überzeugen. Das ist allerdings nicht ganz einfach. Die Bahn ist nicht gerade attraktiv hier zurzeit. Wer über weite Strecken reisen will, der nimmt den Überlandbus. Doch das lässt sich ändern. Wenn wir es schaffen, eine ausreichend schnelle Zugverbindung anzubieten, können wir die Leute für die Reise mit der Bahn gewinnen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020